Jo, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel bei LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Und wie angekündigt in der letzten Folge, wo wir den Maulhausrattenbau, der die ganze Zeit unter unserer Basis war, erkundet haben und das Mechanismusversteck ein bisschen auseinandergenommen haben, mein gut. Gut. Ähm, sind wir jetzt wieder hier und ich möchte jetzt mal ein bisschen hier bauen. Wahrscheinlich sollte er jetzt einen Partner bauen, wenn ich genug Sachen zu bauen habe. So, aber was ich noch vorher machen will, ich habe nämlich gemerkt, ich kann, wo ist die Olle? Stopp-Bot? Ada? Nein, nicht Ada. Wo ist Jezebel? Mit den Robo-Idern? Ja. Ich kann sie nicht mitnehmen. Ich kann sie nicht mitnehmen, also kann die auch verschwinden. Du gehst nach Sanctuary. Glaube ich. Nein. Okay. Dann machen wir irgendwas hier. Das Wasteland Workshop DLC ist installiert. Und so, wie ich das mitbekommen habe, sind eigentlich nur neue Sachen zum Bauen jetzt hier hinzugefügt worden. Was, ich weiß nicht. Finde ich irgendwie so gemischt. Irgendwie gut oder schlecht. Aber was soll's. Jetzt warte mal aus. Ich weiß auch schon, wann ich als erstes bauen werde. Weil das weiß ich mal fehlstunden, wann man da bauen kann. Aber guck mal mal. Was können wir denn jetzt alles Neues bauen? Spezial. Augenwortkotze, warte. Was ist das denn? Ach, da ist das Ding, was ich hier bauen konnte. Äh, gefunden habe oder was, ne? Okay, dann bauen wir das erstmal. Warum denn nicht? Na, warte mal. Nein. Ah, Alter, geklappt. Ich hab mich mal gekickt. Äh, verdrückt, meine ich. Äh, erstmal den gesamten Schrott einleitern. Gut, ja, spannend. Das wird jetzt hier nicht passieren. Ich werde jetzt einfach nur ein bisschen bauen. So, hier hab ich ein bisschen geändert. Ich hab jetzt hier so zwei Treppen gebaut. Und da oben hab ich meinen Gartenstuhl und alles so was aufgebaut. Ah, so geil. Guck mal, so was Neues. Ne, ne? Okay, das Ding drehe ich mal alleine. Hier hab ich die Robitarstation aufgebaut. Die tun wir nochmal ein bisschen nach unten. Das kann jetzt, glaub ich, hier so in der Mitte hingestellt werden. Äh, okay. Warum? So. Ich hab das Ding ja auch ehrlich gesagt nur dahingestellt. Warum kann ich das manchmal nicht? Nicht so nah, oder was? So. Zack, okay. Ähm. Dann bauen wir erstmal das Teil hier hin. Nach Ressourcen scannen, okay. Was soll das denn sein überhaupt? Ja, wo könnte man am besten bauen, außer auf dem Dach, ne? Warte mal, wenn ich jetzt Sachen anbauen bin, dann sollte ich... Ach, was soll's. So. Bleibt nicht noch gerade offen. Muss da jemanden beauftragen? Ach, äh, Strom brauche ich. Äh, äh, Generatoren. Ja, ich hab 13 Stück. Habe ich mal irgendwann hier meine Leuchttrafeln und so, als wir gehabt habe. Man seht mal, wie jetzt hier am Auskriegen aussieht, wenn ich hier mal vom Baum bin, ach mal noch eine. Ja, die da, die da. Was macht da teil? Nach Komponenten scannen. Hä? Warte mal. Ach so, ich verstehe. Da kommt jetzt so ein Augebot oder irgendwie sowas raus. Und der sucht dann für mich so Sachen oder wie. Das kann ich, ehrlich gesagt, ziehen wir es nicht. Aber ich brauche Aluminium. Ja, ich brauche immer noch Aluminium. Blöd. Ja. Dann, äh, Springschofskin. Komponenten. Ich möchte gerne etwas Aluminium, danke. Ah. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Hat er jetzt irgendwelche Sachen einfach generiert. So, das Ding ist aber nicht gezient halt gewesen. Also, guck mal, da kann ich ein neues Baum bauen. Da, wo ich nicht sehen, wo es neu ist. Ist ja eigentlich auch so ein Plus hier sein, oder? Oh. Strukturen. Da, mal eine neue Tür, oder was? Ja, motorgetriebene Tür, ja, okay. Da muss man Kabel dran schließen. Ob die sich öffnet, oder wie? Käfige, ja, das ist ja auch irgendwie neu. Da hat man schon alles... Ich komme, Busse. Okay. Ich kann mir eine Siedlung bestehen aus Bussen machen. Okay, überall wo so ein Ding uns ist, so ein Plus. Da sind neue Sachen. Beton. Beton hatte ich vorher auch nicht. Stairs. Betontreppe. So. Das ist auch mal richtig geil. So mit Geländer und so. Da kann ich mal... Da kann ich auch verhindern, dass meine ganzen... Leute hier die ganze Zeit runterfallen. Den ganzen... von den ganzen Türen hier. Warte mal. Vielleicht hat... ... nun ganz langsam hier unsere... ... unsere Siedlung, also unsere Basis mit zum Pindel. Was kostet das eigentlich Beton und Stahl? Ja, Beton habe ich gewohnt. Und Stahl, oder? Was ist denn hier mit zum Beispiel? Das wird dann hier mit dem Leben reichen, ne? Hm. Hm. Woher hat es den Autor hängt, ne? Ja, machst du jetzt, ne? Hm. Das ist einfach nur so weit, nicht. Verschönerung. Oh, warte mal. So. Genau so habe ich das geplant. Genau so. Richtig geil. Ja, der Übergang ist ein bisschen blöd hier, aber was soll's. Na, dann auch hier. Na, passt nicht. Sag nicht, muss das hier immer so wieder... Naja. Ne. Voll schwach sind ich eigentlich, aber was soll's. Du stehst da vor, deswegen kann ich nicht bauen. Mal. Verpiss dich. Wie du hast hier einen Teddy kaputt. Mal gespille. Verpiss dich mal. Boah. Ah. Wetter. Geh da mal weg, da. Ah, gar nicht jetzt hier nicht bauen. Keine Tür drin ist oder? Boah. Da hab ich auf ewig her keine Treppe mehr, oder was? So, ich mach was. Geh da mal weg, da. Oh, schweil, ey. Verpiss du dich mal? Ich plan nur bauen. So, ab geht doch. Haha. So, weil man kann keine Tür da inbauen. Äh, Tür zum Tüte. Ich weiß es sehr spannend hier, wie Minecraft-Review hat. Nein, soll doch keine Tür bauen. Türen die nicht groß genug sind, was? Hä? Ich mag schon sagen. Oh, immer eine coole Tür. So. ich brauche mal nicht mehr viel stylische treppe bin ich das sind ja die sachen die ja hinzu gekommen sind die waren schon vorher da war überhaupt schon alles Möbel Betten nix neues nix sonstiges äquation hunde napfkerzen ein lagerfeuer warte mal kann ich schon mal oben bauen so auf dem holz warte mal erst mal kronleuchter ölpfahlaternen fleischsack ja warum ich die sachen bauen kann keine ahnung neuer generator generator fusion ach da sind doch die dinge aber immer so fusionsdinger drin sind 100 strom was scheinbar ich jetzt nicht mehr strom brauche ok ja das ist das was ich gesucht habe warte mal so straßenlampe kann ich bauen ampel kronen wenn ich nicht alle strom brauche oder dann muss ich überall kabel verlegen so hier sind die dinge mit denen ich irgendwie meinen namen gebaut habe und meine basis was ist das denn dekontaminationsfunk entfernt bei aktivierung strahlungsschaden was kohl ok und sogar acht kronen und 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 das ich wenn ich die einmal hatte eingelagert habe dann kosten wir nichts mehr wenn ich die herstelle es war noch normale duschen am besten das ist ja eigentlich voll schwachsinnig aber was soll es so weiter mit einem spielzeug gefunden hat mir spaßmann soldaten richtig haben zwar kann ich meinen namen dann damit wieder bauen kann ich den so an wände und so machen da ist ein bisschen klein dann da so einen riesigen namen an meinen auf mein dach gab so um vielleicht in einem herrn da haben wir auch der strom an es gibt die bruderschaft und alles andere zwischen gibt es grün blau lila 1 2 3 4 5 6 7 d a n i e r o dann lp in grün wahrscheinlich wieder so gut dann machen wir mal in grün blau in grün blau in grün blau Ah, ein Omega? Geil! Äh, dann... Einfach nur Omega, das ist richtig geil. Äh... Oh, dann muss ich wieder Strom haben. Dann... Nee... Nee, meine Güte. Ja, ich weiß, wie man seinen Namen schreibt. Danke. Äh... So, welche Farbe gelb brauchst. Aber da steht jetzt auch nicht, welche Farbe das sind. Nee, verdammt. So, nochmal E. Ja, das leuchtet schon. Warum leuchtet das? Hm... Ich fahre ab jetzt nicht gerade schnell. Sehr spannend, ne? So würde das übrigens auch aussehen, wenn ich Minecraft nichts playen würde. Ja, das ist ja. So, das ist ja ein Rund. Ja, 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 da weiß ich wahrscheinlich noch. Kostet ja nur Glas und startet jetzt auch nicht. Oh, Scheiß... Hä? 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 Das ist ja beiß'n R, wat? das ganze dinge irgendwie bewegung was da drin irgendwie so ein generator aufstellen perfekt warum leuchtet das schon wieder nicht muss ich den generator aufstellen weil ich muss noch in der nähe irgendjemand aufbauen mit dem generator damit irgendwie weil ich der sieht ach da muss ich was einschalten oder so ich suche mal einer irgendwie reinzukommen in diese ganze bauangelegenheit von fallout damit er irgendwie nie so erklärt hier das ist eigentlich leuchten die eine lampe leuchtet jetzt auch leuchtet alles in geleuchtet hat mich warte warum schankt er sich dann an und aus und ein ich sehe da irgendwie farblich was manchmal muss man einfach nur irgendwie so bewegen und dann geht er wieder an das ist erstaunlich wieviel die wir draußen nach zu entdecken haben grün sieht man da irgendwie gar nicht ich muss ja warten bis es dunkel wird warte mal da sind wir nach deinem wetter im dunkeln gehen sie vor schauen wir mal es gibt noch so viel zu entdecken wenn wir die herzen und köpfe der leute gewinnen wollen müssen wir das wort der bruderschaft im common world verbreiten ja das liegt daran wenn das nicht zu stark ist das gefühl dann erkennt man das nicht so so cool aus da kommt mein augenbott hier gemacht hat ich brauche eigentlich gar keinen wohnbereich werden so irgendwann schmeiß ich ja sowieso alle raus wenn ich deren ding jetzt habe ich hoffe da kommt jetzt hier auch wieder hoch ich kenne doch die KI so es ist nichts aufregendes passiert aber so eine sinnlos schöne gerätschaft so äh mein Gott meine Flasche sieht irgendwie ledrig aus ja metallisch ne metallisch genau meine Systeme brennen darauf neue Werk er hat sie schon wieder irgendwie voll doof aus aber was soll's ähm da haben wir endlich den Partner hier und sie ist nicht verdient weil ich möchte was mit dem Kiefer auch noch etwas auseinandersetzen wir machen einfach irgendwann random hier ist auch vollkommen egal was wir machen wir ja auch so wie am Spaß gut dann bedanke ich mich dann bedanke ich mich dann bedanke ich mich für zuschauer und sag tschüss bis zur nächsten Folge